Hallihallo und willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light. Ja, genau. Wir spielen im Koop mit wir, meine ich, meine Wenigkeit, den Daniel und seine Wenigkeit, den Alex. Du bist nicht mehr Daniel, du bist der Diamantenhamster. Ich bin der Diamantenhamster, es tut mir leid. Du hast mir die tolle Waffe versaut. Ach, das war keine Absicht. Ach man, mach einfach weiter, ich bin enttäuscht. Ach, kacke. Weißt du was, wenn wir das Spiel durchhaben, dann spielen wir das Level noch einmal für dich. Nein, ich will das Level nicht mehr spielen. Mega Flammenwerfer. Was? Mega Flammenwerfer. Ich will alle Punkte haben. Ja, ist ja gut, du kriegst alle Punkte. Da, guck, nimm den Sky gleich mit. Unfassbar. Aber erinnere mich bitte noch, hier und da mal dran, dass du alle Punkte holst. Weißt du, ich bin da leicht vergesslich, was das angeht. Ich glaube, das sind meine Ica-Gene, die einfach so... Ja, du bist echt so ein Geier. Also diese Skelett-Kriege halten aber schon einiges auf. Ja, vor allem kommen die unendlich wieder? Ich glaube schon, ne? Weiß ich nicht. Oh, ne, die kommt nicht unendlich wieder. Man muss da einfach nur mit irgendwas hinschießen, was die... Kaput explodiert. Auseinandersprengt, okay. Oh! Oh, den habe ich nicht gesehen. Okay, den gönne ich dir. Aber nur den. Wie soll ich denn da rankommen? Ist ja voll fies. Shit. Da kommt man gar nicht ran. Na gut. Das, das... Daran wird es scheitern. Daran werden wir den Flammenwerfer nicht bekommen. Genau so ist es. Ja, ich schon wieder. Ich stelle mir vor, was wir da machen könnten, wenn wir den Mega-Flammenwerfer hätten. Ja. Ups. Upsi. Warte, wer bist du denn? Ich glaube, wir sollten rennen. Oh, jawohl. Ich bin genau über deine drüber. Ach, verdammt. Warte, 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 warte. Ich bin jetzt geil bitte noch. Geradeaus lauf ich. Oh, es hat mich gefressen. Shit. Und ich hat mich auch erwischt. Erstochen. Yep. Aber immerhin, wir haben den Skull. Das stimmt. Von vorne? Ja, ich befürchte. Von vorne. Ja, nicht ganz. Das ganze Bling-Bling ist. Ey. Ey. Ganze Bling-Bling ist wieder da. Verdammt. Ach, Gebeck. Ach, Kacke. Kannst du mal runterstürzen? Ich brauch das Bling-Bling. Ich find die Musik immer so gut. So. Für das Bling-Bling-Bling sammeln darfst du aber nicht sterben. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Also, auf geht's. Ja, und der rennt durchs Bling-Bling. Ja, ich? Ja, schon mal was eingesammelt. Sack. Doch, doch, doch. Ich hab ein Videobeweis. Jetzt kommst du ja nicht. Nein, tu ich doch nicht. Hallo. Was ist denn hier? Ja. Ach, das ist doch zum Kotzen, ey. Diese Scheiße mit der Scheiße hier. Ach so. Uah. Uah. Oh Gott. Ach, was für ein Fuck. Wie war das denn jetzt zu... Scheiß auf das Bling-Bling. Ich will das Level weghaben. Das geht mir jetzt schon auf den Geist. Aber Mega-Flammenwerfer. Hallo? Ist mir sowas von egal. Du hast mir schon die Pistolen kaputt gemacht. Ach, jetzt bin ich schuld, dass du deinen Mega-Flammenwerfer nicht kriegst, ja? Genau so ist es. Weil du nicht hüpfen kannst. Doch, dann hol ich mir jetzt eine Mega-Flammenwerfer. Ist mir das egal. Ey, ich stürze gleich irgendwo hin. Ich sag's dir. Absichtlich. Ja, super. Du hast mir voll den Weg verbaut. Komm, hüpft. Hüpft. Oh Gott. Nein. Es kommt nicht mehr näher. Drück, 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 drück. Los. Bringt ja nix. Ich muss ja erst drüber. Achso, ja. Und da drüben war der Schalter. Dann habe ich zu spät gesehen. Ja, die nachfolgende Sendung verspäten sich um zwei Monate. Also gut, ich probiere es nochmal mit Blink-Bling. Jetzt, weil ich hier wollte, ja. Ja, wenn wir es jetzt eh nochmal probieren. Dann komm, dann mach. Roll einfach hier und wieder mal. Das ist schneller als laufen. Ich kann nicht rollen. Ich muss hüpfen. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob ich dann die Dinger kriege. Du kannst rollen. Nee, ich kann nur hüpfen. Was ist bei dir die Rolltaste? Die B, äh, Quatsch, X. Die X? Die hab ich noch nie benutzt. Mal gucken. Ey, cool, man kann rollen. Das ist voll geil. Geil. Wow. Wow, welches Spiel war das, wo wir erst ewig spät gemerkt haben, dass man sprinten kann? Äh, weiß ich nicht mehr. Ey, da geht ja alles viel leichter. Mach's ruhig. So, ich bleib stehen. Du rüber. Jo. Denkst du noch ein bisschen an das Blink-Bling? Äh, ich versuch, ich versuch dran zu denken. Ist mir jetzt scheißegal. Ja. Ist dir scheiß... Oh shit, bin in den Abgrund gehübt. Fuck. Man, wiederbeleben. Ja. Seil, 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 seil. Seil, schnell. Oh Gott. Uiuiui. Okay, der war knapp. Das ist so weit, als ob er hier ein Turbo überdrückt hier. Ja. Jo. Boah. Äh, warte mal. Ähm. Schalter, 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 Schalter. Schalter? Ja, ja, ja. Zieh, 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 zieh. Oh, jetzt tut er mir schon ein bisschen leid. Oh, das ist eine Zahnbehandlung. Uiuiuiui, wir sind fertig, wir sind fertig. Sushi. Nein, es hat nicht gereicht. Hä? Hä? Das zählt nur für, nee, ich hab Flammenwerfer. Ja, und? Ich hab, ich hab, ich hab den, ich hab den Flammenwerfer. Flammenwerfer. Hahaha. Flammenwerfer. Hihi. Weißt du was? Damit dir deinen Spaß hast, machen wir direkt weiter hier. Juhu. Aber erst muss ich den Flammenwerfer ausrüsten. Absolut unverdient, weißt du das? Oh, jetzt gibt's der MP, willst du die? Ja, vielleicht. Ja, dann sammel du das Gelump ein. Ist okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt gleich passiert. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie viel jetzt der andere Flammenwerfer jetzt eigentlich, äh, weniger schaden. Das zieht wahrscheinlich jetzt ordentlich mal. Ach, das ist die Feuerrate, die weniger ist. Ah, okay. Jo, mach dann. Der wird gerade verschickbar. Na, herzlichen Dank. Kommst du? Ja. Lass uns erstmal da runterlaufen. Da scheint wohl, oh, da ist Bling Bling. Weil da sollte es nicht mehr weitergehen, da vermute ich mal nur so Zeugste. So, dass du das Spiel durchschaut. Du, hier, probier mal aus. Komm her, du, Zündmeister. Also ich höre schon ein bisschen mehr Schmack ist eigentlich erwartet, wenn du das Ding zündest. Ehrlich gesagt auch. Ah ja. Ging halt so. Vor allen Dingen, was der wegsaukt. Autsch. Ach, sorry. Da ist noch viel mehr Bling Bling für dich. Noch viel mehr. Ach Gott, ist da Bling Bling. Ich müsste das mit der eigenen Granate getötet haben. Das war wirklich heldenhaft. Traumhaft. Ich bin ja froh, dass nicht bei jedem Tod hier die Bling Blings resettet werden. Ja, dann hätten wir nie irgendwas. Nee. Au. Autsch. Autsch. Okay. Ups, 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 ups. Au. Überleben wir mal ein paar Sekunden bitte noch. Ich habe alles weggemacht. Hallo? Oh, sorry. Ich bin noch zum Rund da. Da ist Mana, nimmer Mana noch da. Da ist noch Bling Bling auf der linken und rechten Seite. Da oben ist auch noch Bling Bling. Du hast ja ein Auge dafür. Und ich behaupte mal, wenn wir jetzt hier unten langlaufen, ist ein roter Tempel. Wollen wir wenden? Oder ein roter Schädel. Dann machen wir es so. Dann ist es die nächste, wo der, wo der rote Tempel ist. Ui. Das war's. Keine Ahnung. Das war ich. Keine Ahnung. Das war ich nicht. Nein, 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 nein. Mal bin ich nicht böse. Ah. So. Ah, ja. Warte mal. Achso, ja. Müssen wir mal kurz auf die Karte schauen. Äh, Levelkarte. Ähm. Wir müssen nach links erst mal. Hätte ich gesagt. Weil rechts geht's weiter. Achso, ja, okay. Ja, gut. Wollte ich sowieso eigentlich klappen. Bling Bling. Damit der Gute seine MP kriegt. So, ähm, okay. Da ist schon mal was zum Einhackeln. Ähm. Und da ist eine Kugel. So. Ich hab da so eine Vermutung. Ich hab da so eine Vermutung. Mach mal ein Seil. So. Achso, warte mal. Könnte ich ja eigentlich das Ding auch gleich holen, da. Ja, bleib mal auf der Seite vielleicht, oder? Ach ja, du musst da jetzt quasi da durchkommen. Achso. Ähm. Die Frage ist nur, wie kommst du jetzt da durch? Ich müsste hier quasi nochmal einschießen. Hä? Ah, okay. Okay, warte, 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 warte. Achso, kannst du jetzt draufhüpfen wahrscheinlich, ne? Nein, ich bleib hängen. Ich probier's nochmal mit dem Hüpfen. Boah, es ruckelt grad ein bisschen. Huch. Moment, ich muss nochmal warten, bis sie, bis sie, bis, ne, ich bleib da hängen. Ne. Ne, ne, ne. Ähm, dann hol ich nochmal mit dem Seil rüber. Warte mal, ähm, ich hab ne Idee. So, ich hol mir jetzt die Kugel. Naja, und dann rollen wir sie drauf. Mhm. So, und jetzt machst du mir nochmal, achso, aber das bringt ja gar nichts. Na, mach mal. Ich meine, was soll ich denn jetzt da? Hüpft mal drauf, oder? Hm, bringt das was? Doch, ja. Ich kann dich jetzt da durchschießen. Ja. Geh mal durch. So, nichts da. Magst du mir von der anderen Seite ein Seil? Äh, ne. Nicht so. Was war das denn für ein geiles Seil? Na um die Ecke. Ach, ne, warte mal. Das ist, äh, kommst du da hin? Naja, ist auch egal. Ne. Dann halt so. Ziehen wir beide an dem Hebelchen. Tadadadadam. Was ist das? Was ist das? Das ist der Gelös. Goldenes Messer von Itzli. Hey, cool. Ich kann rollen. Das ist ja Wahnsinn. Da war noch Bling Bling. Da guck mal, laufe in den Baum. Oder? Ach, ne. Aber das hat so ausgesehen. Ne, dann hat sich... Ups. Tschüss. Kannst du mir mal sein? Äh. Ähm. Nein. 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 Ich will nicht sterben. Ich habe den Tod mit dir. Ah. Ich war nicht so begeistert, hier zuzugucken. Ach, nö. Ach, komm. Das war keine Absicht. Ich schwöre. So, warte mal. Geh mir jetzt erst mal. Warte mal. Wo geht es denn jetzt eigentlich weiter? Gerade aus dürfte es nicht weitergehen. Aber guck mal hoch, ob da vielleicht was liegt. Okay, mal runter. Was ist das Ding? Wir müssen noch... Ach so. Wir müssen noch unten eigentlich. was ist das Ding? Ach so. Jetzt... Okay. Alles klar. Ja, okay. Das ist so immer die rabiare Methode. Weißt du? Das kann man hier ein bisschen... Das sagt der Richtige, ne? Oh, was ist denn? Oh, jetzt war ich gierig. Äh, au. Und ich war blind. Ich dachte, ich war doof. Klasse. Okay, ähm. Ich will das mal nach einer Waffe gucken. Ja, die haben wir doch jetzt eigentlich schon eingesammelt, ist das, ne? Müsste man schon haben, ja. Ja. Ähm. Wollen wir mal die Flammen... Ne, genau. Was haben wir jetzt eingesammelt? Mega-Einzelschussgewehr. Das ist ein Schneiber? Quasi. Okay. Piu-piu. Wow, verbraucht die Manna. Die, ich bin schon wieder leer. Das heißt, wir müssen mehr Manna-Abrils finden. Warte mal kurz, ist da noch was gewesen? Da hinten ist noch was. So, lass mal auf die andere. Ah, warte mal. Schild. Achso, ja, okay. Ja, 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 ja. Ich dachte schon... Weißt du genau, wo du hin wolltest? Vielleicht habe ich mich verdrückt? Upsi. Huch. Power. Oh Gott. Oh Gott, ich treffe gar nichts. Auf einer mehr schlau? Dann reißen sie ja in einem Schild, ja in unserem Schild. Ja, wie macht man das? Du hast es gerade gemacht. Wenn du mit dem Granatwerfer draufschießt, dann machst du ein Schild kaputt. Achso. Ja gut, den habe ich ja gerade weg ausgerüstet. Au. Meine Güte, sind die sauer. Ach, jetzt sind die wieder da. Oh, nicht hier. Nicht hier. Ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal Waffe wechseln. Ich hätte ganz gerne, glaube ich, für den Granatwerfersteller-Sniper. Wenn ich diese Dinge da weg machen kann. Musst du doch nochmal runterschießen, Bombe legen und schütt. Ja, trotzdem. Moment. Ich finde den Sniper nämlich gar nicht so geil. Achso, wenn wir das stürmen. Das ist Angst. Dann nehmen wir den Granatwerfer. Okay. Äh, warte. So, da haben wir nichts mehr, ne? Ne. Warte mal, wobei, kommst du da vielleicht mit dem Schild hoch? Ne. Das ist zu hoch, ne? Ich bin zu hoch. Okay, na dann. Ich denke, wir kommen da noch hin von der anderen Seite. Ähm. Oh nein. Achso. Warte, warte auf. Ich glaube, ich muss zuerst, damit ich dich hochseilen kann. Achso, okay. Was heißt das? Da? Also, durch die Spalte passt nur du durch, glaube ich. Ja. Hoch mit dir. Huch. Was war das denn jetzt? Okay, das war bei mir also auch. Äh, bei dir auch. Okay. Du hast mich komplett hochgesailt. Guck mal, guck mal her. Das ist blinke, blinke. Ja, ja. Oh, und ein Mana-Upgrade. Noch ein blinke, blinke. Sehr schön, okay. Achso. Oh nein, jetzt geht das wieder los, okay. Huch, okay. Also, los. Und jetzt? Stehen bleiben. Achso. So, und jetzt wieder auf den anderen. Naja, gut. Wir lösen das Problem anders. Ja. Ohohoho. Ohohoho. Blöde Mistviecher. Okay. Okay. Oh, man, das ist das Pagrava-Such, kann ich. Ops. ach Gott ich habe immer den Schneider in der Grippe ach die Schneider mit dem Nervenschuss ich krieg dieses super Schadenzeug nie hin ja aber bei mir aktiviert es sich auch nicht muss man da noch was drücken du musst ne du musst eigentlich nur Leute töten vielleicht tötest du nicht genug Leute na dann Ab nach unten na wieder warte mal kurz oh ja gute Gelegenheit das kann ich die Schneider endlich wechtun können wir noch mal kurz raus gehen nicht dass wir etwas übersehen haben Moment mal kurz ja ja gleich ich will erstmal warte mal da das hier achso ne das war das falsche ne das hier da hier das hier so Gehen wir nochmal zurück ja ich wollte nämlich auch grad sagen wär ganz cool wenn wir dann nochmal auf diese Plattform behüpfen äh ja ja eventuell kommen wir da sogar hin draußen achso ne da kommen wir nix mehr hin dahinter? ne da kommen wir nimmer hin die hat sich gedreht die hat sich gedreht achso ja stimmt ne dann müssen wir da jetzt da ne ich dachte da rechts ob wir da noch rechts hoch da eingekommen oder kommen wir erst noch hin das kann auch sein ja wahrscheinlich ist auch der Tempelausgang dann ja kann sein oje ich beame mich wieder oh hoppa ooooh ok was hab ich denn jetzt getrieben das ging schnell irgendwie ist die Sterberatung grad ziemlich hoch u es ist normal bei uns machen wir uns mal nix vor amt So, Moment mal, da vielleicht erstmal hin? Achso, ja, ist halt, ist halt. Was? Ist halt so? Und ab mit dir. Ähm, was ist das? Ah. Oh Gott. Nein, diese Schweine. Hallo? Respawn? Jetzt? Ich? Mit zwei Sekunden noch. So. 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 Weiter. Nein! Ja, 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 ich hab hier ein bisschen, ähm, achso. Ja, wenn du aber da weggehst, dann hab ich ein Problem. Ja, ne, ne, ich muss nicht weggehen, das hätte ich gerade. Weil ich kann die Scheiße da mit dem Schild einfach zurückwerfen. Achtung, oh, so. Meine Güle. So, wie komm ich jetzt da wieder rüber eigentlich? Ja, ich muss da rüberspringen. Denk ich mal. Ja. Quatsch. Aber, ne, ne, ich quatsch, geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück, wir holen uns erstmal den Todenschädel. Oh, Mann. Hast du mich jetzt in der Luft interveniert? Ey, du bist daneben gesprungen, ich hab gar nicht richtig drauf. So, rüber mit dir. Ne, ne, rüber mit dir. Achso. Achso, ja, gut. Das, ähm, macht Sinn. Ja, warte. Jetzt, jetzt machen wir Teamplay. Warte. Ich komm da nicht weiter. Ich komm da nicht weiter. Hallo. Huch. Spiel. Sei nicht böse. Warte mal. Böse. Jetzt. Komm, hoch mit dir, damit du dein Blink-Blink kriegst. Ja, Blink-Blink. 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 So. So, jetzt gehst du wieder rüber. Achso, ähm, und du? Ne, ne, du gehst jetzt auf die andere... Doch, du... Warte, warum geh ich denn weg? Nein, nein, du gehst jetzt rüber. Hüpf rüber. Und dann da oben ist noch der nächste Schall da. Achso, ja. Da komm ich dann rüber. Okay. War doch gar nicht so schwer. Oh, blink-blink. Oh, mir blink-blink. Hast du jetzt schon die meiste Punktzahl? Ähm, ich hab 210.000, aber ich weiß nicht, ob das... 250 brauche ich. Ja, okay. Dann brauchen wir noch ein bisschen. Dann? Naja, okay, jetzt. Da ist ein... Da ist ein... Okay, das ist ja... Nix da, ihr kommt da nicht vorbei. Kreuzfeuer. Warte mal, hier oben ist ein Skull, ne? Rätseltei. Ach, nö. Oh, es ruckelt. Fängt dran, wie wackelt. Es wackelt, wenn es wackelt, ist es halt, ne? Es ruckelt nur bei mir wie Sau. Also, ich kann nix versprechen. Oh, nee. Ich bin schon zurück, ne? Nee. Nee, 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 nee. Oh, das wird jetzt lustig. Das sag ich dir. Naja, vielleicht reicht's, wenn ich durchkomme. Naja, jetzt geht's grad wieder. Was soll? Diese Wichser! Entschuldigung, aber das ist ja voll assi. Was? Oh, come on! Zwei gleich! Oh, man. Oh, man. Einen Schritt vor, zwei zurück, oder so, ne? Ja. Na, komm auf. Oder über sieben Brücken musst du gehen, oder irgendwie sowas, ne? Einen Tod musst du sterben, oder auch zwei. Shit, so weit. Oh, Gott. Oh. Ach, shit. Nee. Ach, Gott, drunter. Ich dachte, es geht noch eins auf, und dann... Ja, ich dachte nämlich auch, das sind drei, die da oben aufgehen, und dann... Aber irgendwie haben dann vier gewackelt. Ach, keine Ahnung. Wir haben vier gewackelt. Wir haben vier gewackelt. Vier gewinnt. Shit! Mich hat's erwischt. Nein, nein! Scheiße! Oh, Gott. Blink, blink. So, und jetzt geht alles zu, und wir sterben. Wahrscheinlich. Nee. Alles gut! Guck mal, ich kann rollen. Was ist denn das gelernt? Äh, ich hab auch keine Ahnung. Hab's auf einmal so... Bin aufgewacht, oh, ich konnte rollen. Wahnsinn. So talentiert. Ähm. Okay. Ich war am Rätseln, ob ich das schaff. Ach so. Sesam öffne dich. Sesam, dreh dich. Oder so. Aber, Moment mal, das... Das kann aber nicht sein. Also, wir müssen doch irgendwie hochkommen, oder? Ja, 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 jetzt, das kommt noch. Das ist vorhin, das sind wir nämlich auch nirgends wo weitergekommen. Schau mal, ist hier ein Treppe noch oben? Ach so, da waren wir noch hier hoch. Das kommt bestimmt noch. Äh, bling, bling. Oh, hoppla. Oh Gott, da ist ja ein Abgrund. Ne, aber da war das Mäh gekommen, oder? Scheiße. Das Mäh gekommen? Ja, wir sind hier ja lang, irgendwie. Ähm. Gott, ich schätze das gerade total falsch ein. Ähm, ach so, jetzt ist da rechts wieder so ein Skull. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich da alles drauf schieße, dann geht nämlich das Ding da weg wahrscheinlich. Ja, dachte ich mir fast. Ähm. Hol mal das Blink-Bling da drüben erst. Das sind aber zwei Blink-Bling. Hier nämlich auch noch. Ja, ja, ist ja gut. Da. Äh. Das Blink-Bling? Ja, kriegen wir noch. Gehen wir zurück. Ich glaube, da müssen wir den anderen Weg gehen. Äh. Das ist ja eklig. Das ist zu viel. Meinst du? Lass mich mal kurz testen, ob das... Ne. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man sich da irgendwie doch drüber entlanghangeln. Aber das war... Quatsch. Oder... Juhu. Oder... Man muss einfach hüpfen, während man hier das Ding da betätigt. Ja, oder wir sagen Bescheid und ich mach das... Ne, das geht ja auch nicht. Wir müssen in der Nähe sein. Ja, pass auf. Eins, zwei, drei. Ach so. Fuck. Mach selber. Ich... Ich guck jetzt mal zu. Ähm. Oh. 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 Hättest du ja mal wiederbeleben können, aber wir sind beide tot. Ja, ich dachte einfach, du schaffst das, du bist gut. Du dachtest. Aber ich hab mich gedeutscht. Ja. Du bist doch nicht so gut, wie man dachte. Oh nein. Jetzt ist das ganze Blin-Blin wieder dran. Na, dafür sind die Toten still weg. Die sind adieu. Ich kann das echt nicht machen, ne? Nur mit der Bombe. Schau mal. Oh Gott. So, nochmal. Oh. Oh. Alter, jetzt hat's mich aber erwischt. Ey, jetzt hat's mich runtergehauen. Ja, mich auch. Komm, die sind ja. Ah, die kommen hinterher. Guck mal. Au. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ach, das ist gesponnen. Oh. Achso. Mana ist irgendwie alle. Ah. Ah, nein. Verdammt. Ich hab zwar die Punkte, aber... Shit, ich wollte grad drücken. Eieiei. Nein, ich wollte einfach an, oder? Nee. Nee. Die Frage ist, ob sich jetzt das Ding wieder zurück sitzt. Oh, ich stehe da noch runter. Ich weiß mal, wo ich schieße denn hin? Sag immer. Autsch. Okay, den einen hab ich, glaub ich. Nee, hab ich nicht. Oh, ja, ich bin tot. Ah. Meine Güte, jetzt hat's mich erwischt. Ach, komm schon. Ah. Ah. Ach, komm, die machen aber auch ziemlich viel Schaden. So. Okay. Dann haben wir das auch noch... Teierabend hier. Äh, stopp. Da geht's raus. Nee, das wollte ich nicht. Ja, dann lass noch mal reingehen. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht wieder. Ah, weißt du was? Da kommen wir, glaub ich, wieder zu dem anderen Eck zurück, wo wir am Anfang gehen. Ach ja, da waren wir ja. Ah, jetzt sind wir da gewesen. Alles klar. Warte mal, hab ich die MP schon? Ich will mal ganz kurz in den Inventar schauen. Ähm, müsste ich schon haben, ja. Ja. Ich möchte nur erwähnen, ich hab keine. Ja. Komm mal wieder raus zum Menü. Okay, ich hab mein ganzes Mahn in 1,5-2 Sekunden weggesauft. Das, was ich da hatte. Ach Gott, was mein. Ich bin so ein... Ich bin so ein Selbstmord-Terrorist, ey. Da unten ist ein Heilung. Äh, die du komplett weggesaugt hast. Ups. Ja, ich bin fast, äh, rot. Und jetzt komme ich dann quasi... Ach so. Ach so, jetzt geht der Weg quasi grad aus frei. Ach so. Genau. Ähm, ich würde gern Heilung haben wollen da vorne, wenn's geht. Ja, ja. Ich hätte ganz gern Mana, wenn's geht. Ich hab keine Zeit für euch. Oh. Ah, nein. Verdammt. Da ist Heilung, da ist Heilung. Zu spät. Ey, dieses blöde Mistviech, ne? Hm, ich glaube, in meinen Granaten gehen die nicht kaputt. Ach, come on. Was willst du denn jetzt noch da? Ach so, da kommt die Klammer wieder. Au. Wie ist das denn gedacht hier? Oh, ho, 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 ich wär fast weggerutscht. Nein! Haltet durch! Oh Gott. Jetzt doch. Ui, 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 ui. Mama. Ui, du wolltest mir sonst springen hier, ne? Ne, ne, ich wollte das Ding kaputt machen. Äh. Mit der will das passt nicht, ne? Was ist das für ein Monsterpass? So, jetzt reicht's. Was? Das ist doch, ach komm. Das ist ein Fake-Fässer. Ne, das ist Dings. Das ist Story relevant, wahrscheinlich gleich. Oh, ja. Heiße Kartoffel. Okay, ausweichen. Einfach nur irgendwie durchrennen. Oh, ja. Einfach nur irgendwie durchrennen. Ja, ist so easy. Oh. Es macht das Ruckeln nicht einfacher. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich ist in die Assi. Monsterrollen. Oh, 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 oh. Ich hab's geschafft. Ui. Ach du, liebes Bisschen. Ich bin auch noch an der Kartoffel da vorbeigerollt grad. Oh. Munitions-Power-Up. Na, siehste mal. Ja, das haben wir doch irgendwie ganz solide hinbekommen. Okay. Na gut, dann, ähm. Ja, machen wir's kurz und knapp. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im nächsten Level wieder, gell? Tschüssi Lö. Tschüssi. Tschüssi.